Das ist ein Trash-Loop. Ich glaube die Sabotierer hätten auch Bock auf Trash-Loop. Ich glaube auch. Wir machen den Boss einfach nicht. Oh, Christoph. Ja, okay, wenn der Boss mal steht... Oh, so leid. Du kannst ihn halt wirklich stehen lassen. Ausnahmen. Kannst du fünf Meter Moven oder so? Ja, jeder Mellie läuft hinterher. Ich meine... Und hat keine Abzeigen. Soll ich Wreckesnes aber das Skull-Banner draufziehen? Ja. Wird schon. Ich weiß nur... Ich weiß keine... Was? Ich weiß nicht. Oh, drei. Ja, die ist irgendwie gespawnt. Ja, kann man nicht rauslaufen, hm? Nein. Natürlich kann man es. Ne, willst du einen Trash-Loop machen? Ne. Wird nichts anregen, bitte. Anregen. Kau? Danke. Geht nicht im Kost. Ja, alles gut. Alles ist gut, solange du weg bist. Oh. Alter. Du fällst meine Star-Allüren echt scheiße. Oberlich und Autogramme wettende Passanten mit meinem Prada-Hürtel wegbrechen. Nach einmal tragen meine Mars-Anzüge wegschmeißen. Und den Benz von Bluefees Shops von Fahrnattür bis Heckscheiben. Ist mir egal. Ich klatsche jeden zu Blue-Fontäen. Rapper neben. Anseite mit dem Fehlten wie Reds und Fakes. Es ist der zukünftige Rapper, Tee der Flutrin-Stick mit Messer-Kling. Die Member Deiner Crew-Lynch. Wie im Western-Firm und Landung. Wie im Western-Firm und Landung-Schöpfle. Ah, ist das so. Oh, das ist so. Rapper zu Grächer nicht. Jede Text ist auf Phantasi-Roman. Ist ihnen am Husten beim Kauf bei der Phantasi-Roman. Gibt immer ein bisschen mit euch. Bist du noch wirklich anzakt? Bist du noch? Die Zweiten ist, oder? Ja. Jetzt kommt sie. Minis, Achtung. Das macht überhaupt keinen Sinn. Da bin ich die ganze Zeit schon drauf. Was? Die ganze Zeit hat auf Tifon gewöhnt. Frescher UI. Wohin graus spacken. Ich dachte, kriegst du einen Damage-Buff, wenn du so ein Ding machst? Krieren. Milis aufpassen. Falls ihr hier-to-Risert werdet. Komm zu dir rüber. Mir ist immer gut. Mitkommen bitte. Ich bin so ein Orb. Gibst du dich raus auf was dir rüber so ein Schlag. Da hast du neulet ein Goddismich in einem Folge meinen Blute-Kommensar auf. Ich bleg nach Kolumbien und schreck die Monatser. Meine so eine Orb hier. Ja, von mir nach dem Teil raus ist es nicht verschmeiß'n. Fili. Fabs noch mal. Haken Hauen, Haken Hauen Vorsicht Das schminkert die ganze Zeit Neben die Abräumen Abräum Service Laufen wir wieder zurück Ja ja Kommen pont Gib bitte Was? Mal ein bisschen... Ja, ich hab mal aufgerufen. Was denn? Das ist doch nix da. Ey, mal fern. Das ist einfach... Das ist nicht fair und ziehen. Ja, das ist gecovered. Ach, ich will entscheiden. Ja, ich hab mal aufgerufen. Ja, ich hab mal aufgerufen. Killingzeit kommt erst in 5, ne? E-Buffs noch einmal. Und Kiki geht langsam auf deine Pose, ne? Ja. Bestens haben dem Dude. Grün komplett. Keine Probleme. Weg von Lila, weg von Lila jetzt, die Leute. Was noch ein Punch World Chaos? Ja, in der Mitte. Wir haben es fast schon. Nicht beim B anstehen. So... Kann doch noch Ding, ne? Vorsicht. Ja, okay. Ich trink mal an. Das erste. Eins, drei. Tust du wieder mit Arnk Totem wegmachen? Ja. Ich kann mit Nave mit. Ich kann mit Nave mit. Ja, ich kann mit Nave mit. Ja, ich kann mit Nave mit. Schneller, komm. Nave, sterb bitte in den Totem, du siehst wo es ist. Ja, da. Und ich kann mit Nave mit. Ja. Zicker Bär. Zicker Bär. Zicker Bär. Zicker Bär. Zicker Bär. Vergesst deine Flammen nicht. Äh, bleiben drauf. Boah, was ist das denn für ein Gott Klasse geworden? Oder Vollidioten spielen, a la nur Paladin, eins von beiden. War schon immer so, wenn man selber steht. Echt? Ja, nur wenn ich Pinkster war. Call of Night, gleich wieder sterben gehen. Schnell sterben. Weit raus. Abla. Die mit Schmiroslav mit. Enoch steht raus. Fretzt einen, du wirst ihn spielen. Ich. Wir müssen Schmiroslav die ganze Zeit spielen, da sind keine Spawn, ne? Ja, aber da ist doch so ein Ding, wo die gerade sagen können. Und Kiki, willst du nach den Sphären wechseln? Hallo? Ja, noch Cooldowns. Wann kommen die nächsten? Wir sind dann 22 Sekunden später. Nein, du dann. Achso, jetzt gleich wechseln, oder was? Nach den Sphären, nach der letzten Explosion, warte ich. Äh, Godin, du musst jetzt mitreden, ja? Ich. Ich. Ich war auf Max-Range. Ja, ja, bin ich eh. Warte noch. Die letzte. Ja, passt ganz. Sie können CD's anmachen. Eigenen. Vor allem. Und jetzt die... Jetzt die... Waffe Pflanzen, go go. Die Pflanzen müssen jetzt gemacht werden. Ranges Pflanzen machen. Und nicht zu her, Bea, der kennt's jetzt, ne? Ein Milli da aufpassen. Ein Milli. Ey, du rennst da rein. Grün machen. Mit den nächsten Dingern einfach weit weg vom Boss. Mark Strange ist so ein Gebüschchen, müsst ihr hinlaufen. Mitlaufen. Zwei Spieler. I'll go. Wir rennen mit Xera-Friend. Mobile Leute mitrenzen. Ich bin bei Xera-Friend. Warte Xera von kurz. Lass mich mal hier so ein Rega nehmen, oder? Ja, nehm. Geh ran. Ne, ich geh jetzt hier in diese Explosion. Boss. 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 Irgendwas triggern wir nicht die ganze Zeit hier? Ja. Trigger. Ich hatte nen Partner. Ja. Bin rein, damit er sterben kann. Ach so, okay.